Ein paar Abschlussreiche Sie können. Das sind Volksvertreter, die das Land 2018 gewählt hat. Die meisten von ihnen hatten sich damals so abgeschrieben, die Lützebeuer Spruch unterstützen zu wollen. Eine logische Realität. Eine logische Sicht, wie alle Klanginitiative sich für ein Spruch anzusetzen nicht nur ignoriert, sondern auch lächerlich. Um das Lützebeuer zu betonen, hätten wir auch die Lützebeuerische Namen herausgestellt. Wir hatten es nicht genannt. Ich meine, die Namen gibt es doch Nationales Sprucheninstitut Lützebeuer. NSL, meine ich. Ich meine, das Lütze zu lachen, geht trotzdem etwas ganz wichtiges. Der Punkt ist, wenn wir die Logik sehen wollen, die wir unterstützen, dass viele Leute da hinzukommen, dass die Lützebeuer lehren sollen. Das ist aber ein zweifelhaftes Signal, wenn man gerade den Platz, wo Leute Lützebeuer lehren, wo zum Beispiel zertifiziert sind, wo die Lützebeuer noch ausgebildet sind, wenn man dem Institut dann eine französische Namen geben kann, die wir dann auch permanent wiederholen. Für was betonen wir dort, wo es wirklich keinen gibt, für was benutzen wir dort nicht? Einfach, das wird typisch Lützebeuer, und das ist Lützebeuer Spruch. Ich meine, das gibt keinen Wehdouren, und das ist für eine flotte Message. Aber ganz konkret, ich glaube, dass unsere Motion auch etwas ganz harmloses für, und das ist sehr, dass die Lützebeuerische Namen auch dann nicht auf dem französischen benutzt wird, und auch dann genauso viel benutzt wird, als wenn der Paparazin holt, oder wo der irgendwo steht, dass das so französisch, und ob Lützebeuer ist. Ich meine, das ist ein Kompromiss, und das habe ich nicht verringert. Lachen und die Gäste von den Deputierten. Überhaupt würde es suchen, für was den Lützebeuer Spruch nicht unterstützen will. Das hält keinen von den honorablen Damen und Herren für nötig. Da kommen wir noch zur Motion, die den Herrn Kolb deposeert wird. Ich würde noch einen kurz von dieser Motion ergreifen. Da kommen wir zum Wort von dieser Motion. Die Dürfstimme fängt an. Da wurde es aufgeschlossen. An der Motion, als bei Feierjohnstimmen gegen 59 Nähstimmen aufgelehnt. Engagement für die Lützebeuer ist. Das kann auch der Pirat Klümmer wieder gesieht, schüßt zerrappen. Das ist eine gute Frage. Es gibt es die Frage. Das ist die Frage.